Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Ankündigung. Es geht um einen Stream, der nicht heute stattfindet, sondern morgen für mich. Und zwar am Samstag, und der findet auch für euch morgen statt, weil ich werde das heute Abend noch raushauen. Am Samstag, dem 11.11. und da werden wir wunderschön mal wieder eine Runde Hauston streamen. Aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass wir jetzt hier nicht nur so ein langweiliges Stream-Ankündigungsvideo reinmachen wollen und ich hier ein bisschen reinbaten will, falls ihr das versteht, werden wir heute auch noch in diesem Video hier live das goldene Pack öffnen, weil ich nämlich auch gedacht habe, dieses Pack hat auf jeden Fall ein eigenes Video verdient. Das werden wir dann hier jetzt aufmachen. Ihr seht es schon. Oh, hier natürlich. Dankeschön für die Informationen, das ist mir relativ wurscht. Das werden wir auf jeden Fall aufmachen. Und zwar, worum geht es jetzt? Morgen früh um Samstag, so zwischen, sagen wir mal, halb 10 bis 10 starte ich einen wunderschönen Frühstück-Stream. Was braucht ihr für den Frühstück-Stream? Ihr braucht auf jeden Fall was zu frühstücken, gute Laune natürlich und was zum Trinken wie Kaffee, Tee, Orangensaft, Kakao, was ihr auch immer zum Frühstück trinkt. Erholt euch da was und wie gesagt, sehr, sehr gute Laune. Wir spielen wahrscheinlich ein bisschen Ranked. Wir spielen vielleicht eine Arena, je nachdem, wie es zeitlich läuft, reicht hier so vom Prinzip her. Vielleicht ein Thermal Brawl, wenn der noch gut ist. Ich werde mir heute Abend noch anschauen. Und Stream wird wahrscheinlich gehen so zwischen... Ja, wie lange wird der gehen? Wahrscheinlich so bis zum halb 12, 11, halb 12, 12 vielleicht. Muss ich mal noch gucken, ich muss halt auch noch dann kochen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir machen jetzt das goldene Pack noch auf und schauen mal, was wir hier Schönes rausziehen können. Ich hoffe, wenn wir eine Legendary ziehen, Leute, dann raste ich aus. Wenn wir eine Legendary ziehen, dann raste ich vollkommen aus. Goldenes Pack. Go. Boah, ich bin ein bisschen gehypt. Ah, es ist nichts. Ah, Indoor Rage ist auf jeden Fall ganz schön nice. Gold, okay, es ist auch nichts. Leute, wir haben noch drei Karten zur Wahl. Es ist... Anbau der Elemental, das ist so eine Karte. Ja, ich hätte gerne eine gute Karte. Komm, kein... Ja, da ist es blau, die ist blau. Die ist nichts. Und doppel... Wenigstens ist es eine Doppel Rare, Leute. Wenigstens ist es eine Doppel Rare, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, ja, was haben wir denn hier noch drunter? Golden. Injured Blade Master in Golden. Ja, ja, und vielleicht eine Karte, die man brauchen kann. Twilight Dragon in Golden ist sogar tatsächlich gut. Den kann man wirklich gebrauchen. Ja, liebe Leute, das war noch das goldene Pack. Ich hoffe, ihr seid morgen früh dabei. Start, wie gesagt, zwischen halb 10 und 10 auf Twitch.tv und YouTube. Und dann hätte ich mal gesagt, haut rein, liebe Leute. Bis morgen dann. Türolü. Tschüss. Türolü.